Hören Sie, wir werden einen Aufruhr machen. Wir werden einen solchen Aufruhr machen, dass alles in seinen Grundfesten wankt. Es lebe die große Idee. Selbst der beschränkteste Mensch ist auf etwas Großes angewiesen. Glauben Sie etwa, dass ich mich vor Ihnen fürchte? Es soll klar sein, dass ich mein Verbrechen weder durch das Milieu noch durch irgendwelche Krankheiten entschuldigt sehen möchte. Ich war jederzeit in der Lage, mich zu beherrschen. Ich wollte nur nie. Der Durst nach Bildung ist bereits ein aristokratischer Durst. Eine Spur Familie oder Liebe und schon ist der Wunsch nach Besitz da. Wir werden diesen Besitzwunsch abtöten. Keine 50 Meter hinter den Gemüsegärten, nicht weit entfernt von den anderen Gebäuden, stand ein Funkelnagel neues kleines Holzhaus. Und eben dieses Haus hatte noch vor allen anderen zu brennen angefangen, ganz zu Beginn der Feuersbrunst. Dagegen erkläre ich, dass Raphael und Shakespeare mehr bedeuten als die Aufhebung der Leibeigenschaft, mehr als der Volkscharakter, mehr als die junge Generation, mehr als der Sozialismus, mehr als die... mehr als die richtige Einfassungsgeräte, mehr als die Einfassungsgeräte, 都